PhD SciCom ist ein Instagram-Kanal, auf dem junge Forschende sich vorstellen können, sich und ihr Promotionsthema oder ihr Forschungsthema, ein Forschungsaspekt, der ihnen am Herzen liegt. Und wir begleiten sie dabei, dass sie die ersten Schritte in die Wissenschaftskommunikation machen. Das heißt, sie kommen auf uns zu und wir beraten sie bei der Erstellung des Beitrags und es ist kein technisches Know-how notwendig, so dass sie es ganz einfach einmal ausprobieren können. Als erster Schritt wird dann erstmal ein Vorgespräch vereinbart und in diesem Vorgespräch geht's vor allem darum, dass wir herausfinden, was möchtest du kommunizieren, also möchtest du vielleicht eine Methode machen oder möchtest du vielleicht, was ist schiefgegangen in deiner Forschung oder wie sieht ein typischer Forschungsalltag bei dir aus, also bei uns geht's auch gar nicht so stark um Ergebniskommunikation, sondern wirklich darum, was machen Promovierende. Wenn das festgelegt ist, dann überlegen wir uns, okay, was könnte die Kernaussage von deinem Beitrag sein. Bei Instagram nutzen wir erstmal ganz normal das Format der Slides. Da haben wir auch ein Design für jedes Format, das wir haben, also die SciComm-Aktivität der Woche ist zum Beispiel gelb und die Wissenschaftlerinnen der Woche, das ist immer lila, also damit man sich auch direkt schon visuell zurechtfinden kann auf unserem Instagram-Kanal. Und vor allem bei der SciComm-Aktivität der Woche, da geht's vor allem darum, dass wir Texte und Anleitungen bereitstellen. Bei der Wissenschaftlerinnen der Woche ist es eher ein Mix. Also die Vorstellung der Wissenschaftlerinnen der Woche und das VisComm-Statement. Da steht auch eigentlich immer in Textform, außer sie wünscht sich etwas anderes oder er wünscht sich etwas anderes. Aber wir haben eben auch die Vielfalt an verschiedenen Videoformaten, die man machen kann. Die Videos sind eigentlich sehr divers, die wir da meistens zeigen. Zum einen hatten wir schon mal etwas in der Form von Lego Series Play, da wurde das Elektronen-Raster-Mikroskop erklärt. Beim Fahren über ein Molekül entsteht ein Strich. Da steht uns einfach eine große Bandbreite zur Verfügung, wie wir auch die Leute oder vielleicht auch unterschiedliche Gruppen begeistern können. Wie ist es bei PHD SciComm sehr wichtig, dass wir das komplette Spektrum der Wissenschaft abbilden? Das bedeutet, dass wir eben nicht nur Naturwissenschaften haben, denn dazu gibt es schon super viele VisComm-Kanäle oder Beiträge, weil man das sehr gut zeigen kann. Man kann gut Leute im Labor zeigen, wie sie pipettieren oder wie sie etwas zusammenschütten. Aber uns ist es eben auch wichtig, dass Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften abgebildet werden. Also wir hatten da jemanden dabei, der hat uns erklärt, wie Vogelliter in der Literatur wahrgenommen werden und wann sie eingespielt werden. Und uns ist eben wichtig, dass wir eben da auch zeigen können, was auch in diesen Forschungsgruppen gemacht wird. Manche meinen, dass nur Menschen Kunst machen können und andere Tiere nicht. Wir hätten selber nicht gedacht, dass PHD SciComm so gut ankommt. Nach unserer Gründung haben wir gedacht, okay, vielleicht haben wir so drei Monate und dann läuft das Projekt langsam und locker aus. Oder vielleicht haben wir gar nicht genug Interessenten, die Lust haben, ihre Forschung vorzustellen oder es kommt einfach gar nicht so an. Aber dadurch, dass wir so viel positives Feedback bekommen, sind wir sehr motiviert weiterzumachen. Und es ist einfach auch eine wirklich schöne Erfahrung, Leute bei ihren ersten Schritten in die Viscom zu unterstützen und sich auch interdisziplinär austauschen zu können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.